der welt in überfluss leben können dann werden wir uns unseren prozess einschließlich der ziele der methode und der werkzeuge im hinblick auf entscheidungsfindung und die zu ergreifenden maßnahmen ansehen lassen sie uns nun einen großen schritt zurücktreten und uns ansehen woraufs tatsächlich für unser allgemeines wohlbefinden ankommt in unserer heutigen gesellschaft existieren im hinblick auf das was die menschen tatsächlich als wichtig empfinden viele quellen von verzerrung und hintergrundgeräuschen so ist zum beispiel der durchschnittsbürger wegen seines bedarfs an geld in seiner wahl stark eingeschränkt im normalfall ist es so dass die stelle die eine person bekommt nicht notwendigerweise ihre echten interessen widerspiegelt und auch nicht die interessen der gesellschaft als ganzes wenn man die heute existierenden beschäftigungen untersuchen würde würde man höchstwahrscheinlich herausfinden dass die große mehrheit davon keinen weiteren zweck hat als die aufrechterhaltung des zyklischen konsums diese willkür bezeichnet eine ungeheure verschwendung von leben und ressourcen darüber hinaus ist heutzutage bedingt durch den hohen stellenwert einer beschäftigung zur sicherung des lebens unterhalts das gesamte system der höheren bildung in wirklichkeit nichts weiter als ein fließband das die menschen für festgelegte beschäftigungsrollen vorbereitet dieses element des menschlichen lebens ist so fest traditionell verwurzelt dass eltern ihre kinder ohne nachzudenken fragen was willst du werden wenn du groß bist so als ob es nur eine sache gäbe lassen sie uns nun einmal die traditionellen normen und verhaltensweise beiseite schieben und betrachten was wirklich wichtig ist stellen wir uns die frage was sind unsere erfahrungen aus der natur und was lehrt uns dieses verständnis darüber wie wir unser verhalten auf diesem planeten bestimmen sollten naturgesetz nummer eins jeder mensch benötigt ausreichend nahrung saubere luft und sauberes wasser und muss deshalb die symbiotischen umweltprozesse respektieren die zur erfüllung dieser bedürfnisse nötig sind die meisten leute verstehen heute nicht den zusammenhang zwischen der natur und der kette von vorgängen die uns zu nahrung luft und wasser verhelfen oder aber sie ziehen ihn einfach nicht in betracht wenn man jedoch diese vorgänge erkennt sie untersucht und daraus lernt wird man durch logische schlussfolgerungen zu angemesseneren verhaltensweisen die uns bei der erfüllung der bedürfnisse unterstützen geleitet so sind zum beispiel wasser und luft in der natur im überfluss vorkommende ressourcen deren ursprung wir einzig und allein erhalten müssen traurigerweise hat unser kurzsichtiges profit system dafür gesorgt dass die vorräte brauchbaren wassers nun auf eine krisenartige knappheit zusteuern da die industrie das system immer weiter verschmutzt so werden allein in den vereinigten staaten jahr für jahr drei millionen tonnen giftiger chemikalien in die umwelt abgelassen sie tragen zu geburtsfehlern immunstörungen und anderen schweren gesundheitsproblemen bei und wir wundern uns dass momentan mehr als 30 prozent der amerikaner krebs haben in europa sieht die lage nicht viel anders aus warum tun wir uns das an wenn wir ernsthaft über die symbiotische beziehung der lebenden organismen zur umwelt nachdenken dann wird uns klar dass unser verhalten davon geleitet sein sollte was für die suche nach der höchsten optimierung dessen wichtig ist was den überfluss und die qualität der lebensnotwendigen dinge erhält alles andere ist im grunde genommen wahnsinn daher leben wir wohl offensichtlich in einer wahnsinnigen welt denn unsere nachhaltigkeit wird durch unsere momentane vorgehensweise ernsthaft bedroht vom umweltstandpunkt aus gesehen haben wir wirklich kaum noch zeit das geldsystem ist weiterhin auf kurzfristige gewinne auf kosten langfristiger zerstörung fixiert das naturgesetz besagt dass wir luft nahrung und wasser in hoher qualität benötigen deshalb müssen wir uns aller praktiken entledigen die die symbiotischen umweltprozesse die unsere grundbedürfnisse befriedigen stören und jene die das potenzial dazu haben wenn wir das nicht tun werden die umweltfolgen unumkehrbar naturgesetz nummer zwei die einzige konstante ist die veränderung und menschliches verständnis ist nie entgültig mit den worten von cj kaiser absolute sicherheit ist ein privileg von ungebildeten geistern und fanatikern es gibt keinen beweis dafür dass das was wir heute für die wahrheit halten auch morgen noch gültig ist obwohl bestimmte beobachtbare naturphänomene in übereinstimmung mit der geltenden lehre unseren erfahrungswerten entsprechen werden sich die grundlagen durch neue werkzeuge und analyse methoden oftmals ändern und hoffentlich verbessern wenn man sich lange zeit verteidigte historische standpunkte anschaut von denen man einst annahm dass sie durch erfahrungswerte untermauert seien zum beispiel dass die erde eine scheibe sei oder dass die sonne um die erde kreise so sieht man dass der intellektuelle fortschritt stetig ist und dass wir für neue informationen so offen wie möglich sein müssen wir müssen experten für das ändern unserer meinung werden alles was wir zu wissen glauben besteht nur aus wahrscheinlichkeiten und das trifft natürlich auch für all die schlussfolgerungen zu die ich hier ziehe eine sache die heute sicherlich als wahr gilt ist dass in der natur selbst eine bestimmte menge von gesetzen existiert und dass die natur nicht in der lage oder willens ist sich darum zu sorgen was sie oder jemand anderes für die wahrheit halten mögen wenn wir das voraussetzen so sollte es sehr in unserem interesse liegen über die natur zu lernen und uns so gut wie möglich auf sie einzustellen die bekannteste methode für die erforschung und anwendung der naturgesetze wird wissenschaftliche methode genannt die wissenschaftliche methode besteht im grunde genommen aus drei schritten erstens erkennen einer neuen idee oder eines neuen problems welches gelöst werden muss zweitens benutzen logischer schlussfolgerung um eine hypothese aufzustellen drittens überprüfen diese hypothese in der materiellen welt durch beobachtung ein hervorragendes beispiel hierfür geht auf aristoteles zurück er stellte durch logische schlussfolgerungen aus dem was man zu der zeit verstand die theorie auf dass im luftleeren raum schwere objekte schneller fallen würden als leichtere gleich geformte er nahm daher an dass ein gegenstand umso schneller fallen würde je schwerer er ist allerdings hat er seine annahme nie überprüft wegen seines versäumnisses die wissenschaftliche methode korrekt anzuwenden musste die welt weitere 2000 jahre warten denn es war galileo der schließlich aristoteles hypothese überprüfte und herausfand dass sie falsch war die geschwindigkeit mit der ein gegenstand im vakuum fällt wird nicht durch sein gewicht bestimmt das fazit ist dass sehr vieles auf der welt vom bildschirm auf dem sie dies hier sehen über den stuhl auf dem sie sitzen und das gebäude in welchem sie jetzt sind bis zu dem mikrofon in welches ich hier hinein spreche als ergebnis der wissenschaftlichen methode entstanden sind es ist die wissenschaftliche forschungsmethode die es der menschheit erlaubt hat sich selbst und die materielle welt zu verstehen was auch immer geschieht sie ist es die eigentlich hinter jedem fortschritt steckt der unser leben verbessert hat wissenschaft funktioniert egal ob man daran glaubt oder nicht dynamisches gleichgewicht ein dynamisches gleichgewicht entsteht wenn zwei oder mehr entgegensetzte prozesse im gleichen verhältnis zueinander ablaufen in der materiellen welt gibt es ein gleichgewicht das in gewissen rahmen bestimmt was die möglichkeiten und wo die grenzen für die organismen die die vorhandenen ressourcen benutzen sind dies ist eigentlich keine komplizierte vorstellung wenn man sich dessen bewusst ist dass ein bestimmtes gebiet nur dazu in der lage ist eine gewisse menge nahrung zur verfügung zu stellen und dementsprechend auch nur eine begrenzte anzahl von organismen davon leben kann auf den ganzen planeten bezogen könnte man in diesem sinne von der tragkapazität der erde reden unsere handhabung des dynamischen gleichgewichts auf diesem planeten kann sich nur daraus ergeben dass wir verstehen wo die tragkapazität der erde tatsächlich liegt es ist die wichtigste eingangsvariable für die handhabung der gesellschaft selbst naturgemäß müssen die bedürfnisse der menschlichen bevölkerung im gleichgewicht mit den ressourcen der erde stehen nachdem das geklärt ist lassen sie uns untersuchen was wir über die planetaren ressourcen wissen oder erschließen können die fundamentalen bausteine des menschlichen überlebens in der gesellschaft sind diese energie industrielle oder technische rohstoffe energie ist der grundstein der heutigen gesellschaft sie ist der kritischste faktor für das gesamte gesellschaftliche funktionieren das zeitalter von öl und anderen fossilen brennstoffen geht zusammen mit der daraus entstehenden verschmutzung dem ende entgegen außer gewinn streben welches die aussicht auf neue möglichkeiten verhindert gibt es überhaupt keinen grund mehr fossile brennstoffe zu verbrennen bedenken sie dass das allerletzte was die stromindustrie braucht der überfluss von energie ist weil sich das im geldsystem wiederum sofort in weniger gewinn manifestiert tatsache ist dass zahlreiche saubere im überfluss vorhandene erneuerbare energiequellen gibt wir haben die windenergie welche nach einer studie der universität von stanford aus dem jahr 2005 den gesamten strombedarf der welt sicherstellen könnte wenn 20 prozent des bekannten potenzial nutzbar gemacht würden wir haben dann natürlich die sonnenenergie die enorme möglichkeiten bietet wenn wir die technik entsprechend weiterentwickeln die sonnenenergie die jahr für jahr auf die erde auftrifft entspricht ungefähr dem zehntausend fachen des gesamten energiebedarfs weniger bekannt ist die gezeitenkraft als regionales beispiel hat eine studie neulich herausgestellt dass in großbritannien 34 prozent der elektrizität allein durch gezahlten kraftwerke erzeugt werden könnten wesentlich effektiver